hi das ist kein gewöhnliches minecraft avarion ja ich habe folgendes verkünden nämlich warum bin ich im gefängnis ihr seid sowas von ich will nicht sagen kaum ist man offline oder hat man die zeit ich könnte nur das ausrasten ich könnte sowas von ausrasten also ich wissen die was darf man so gedacht hatte ich habe nichts gegrieft ich habe gar nichts gemacht ich habe mir gesagt ich habe arbeit und so ne ihr wisst schon ja jetzt ist es war für mich an avarion nicht verstorben weil ich erst mal in server wieder starbe tut mir ehrlich ehrlich sehr sehr leid jetzt erwarten wir richtig hier sehr viel spaß gemacht ach ja und das hier ist auf der konsole wisst ihr bescheid ja dann gibt es kein minecraft avarion let's play mehr es kann nicht todos für euch Vielen Dank.